Tote Hose auf dem Kiez. Schon seit Monaten geht auf der großen Freiheit nichts mehr. Das Nachtleben in Hamburg ist durch Corona, wie vielerorts auch, komplett zum Erliegen gekommen. Nun öffnet Susi Schober als erstes Etablissement wieder, ein Versuch, den toten Kiez wiederzubeleben. Inhaber Christian Schnell freut sich auf die Wiedereröffnung, aber wie sollen die Besucher einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten in einer Striptease-Bar? Ich habe auch wirklich Nächte zu Hause gesessen und habe gedacht, wie willst du das machen? Und uns ist auch klar, dass wir gar nicht das Gewerbe so jetzt fortführen können, wie wir es vorher betrieben haben. Es ist für uns einfach nur eine Alternative zu schauen, Gäste, Gästen trotzdem, auch unseren Stammgästen wieder mit denen in Kontakt zu kommen und denen einfach die Möglichkeit zu geben, auch mit den Mädels, wir haben ja auch eine Verantwortung an unseren Mädels gegenüber, die sitzen zu Hause, die wollen auch wieder versuchen ins normale Leben, in ihren Alltag reinzukommen. Und so sieht das Konzept aus. Die Mädels haben nach wie vor Tanzverbot, dürfen sich aber mit Abstand mit den Gästen unterhalten und auch Getränke servieren. Jeder zweite Platz bleibt frei. Plätze an der Bar sind tabu. Auf Abstand bleiben? Ein ungewohntes Konzept hier auf der Reeperbahn. Die Tänzerinnen sehen es trotzdem gelassen. Es ist halt nicht mehr so, wie es früher war, wie es vorher war. Das ist schon komisch. Man muss sich erst mal dran gewöhnen und erst mal reinkommen in das Ganze. Und ich meine, der Mensch ist ja, wie sagt man, Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an alles. Auch um ihre Sicherheit machen sich die Angestellten keine Sorgen. Ich denke, unser Laden, Susi Schober, wir haben alle Maßnahmen hier ergriffen, damit wir alle gesund bleiben. Dementsprechend habe ich überhaupt keine Bedenken. Susi Schober rechnet keineswegs mit hohem Gewinn. Es geht eher um Flaggezeigen. Die Bar hofft, dass andere Lokalitäten nachziehen und so der Kiez wiederbelebt wird. Es wird sich zeigen in den nächsten Monaten, was hier am Ende übrig bleibt von der sogenannten Reeperbahn. Also auch wenn wir jetzt öffnen dürfen, ist es trotzdem nicht so, wie es vorher war. Uns fehlen die Touristen auf jeden Fall. Jetzt liegt es vor allen Dingen an den regionalen Stammkunden, das Geschäft wieder zu beleben. Sonst müssen Kiezlegenden wie Susi Schober demnächst komplett schließen. Sonst müssen Kiezlegenden wie Susi Schober demnächst komplett schließen.